Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielt Marcel... ...Leo... ...mit unendlich Boost... ...bis 7 krank... Das ist das... ...eins zu ne... ...für Masi, Salami, Pilami, Sujuk Wurst... Ok, Nico macht den Kommentator... So muss es... Nico, skipp den Scheiß... Nein... Nein? Ok... ...da wird nichts geskippt, Junge... Oh... ...sehr stark... ...Hit ums... Ja, oja... ...und der macht das hier ganz clean... ...der ist, glaube ich, auch schon zu müde... ...aber stark halten von ihm... ...geisteskrank... ...Marsel macht ernst... ...weil Xiaomi macht's nichts... ...nach scheiße... ...nach scheiße... ...nach scheiße... ...Leo Machère, sorry... ...Jetzt kommt Masi, Bilami... ...Bang-Rang... ...Guter Kicker von Masi, Bilami... ...Masi, Bilami hat's am Ball... ...legt's hier mal hoch... ...den nimmt sich Leo ganz entspannt mit... ...das wird ein ganz auf entspannter... ...R-Dribble... ...ganz easy für Leo... ...Am Masi, Sarami vorbei... ...sehr stark... ...zwei Touches drinne... ...Oh, Masi, Bilami gewinnt wieder den Kick-Off... ...das grenzt am Hacking... ...und das wird ganz locker... ...das Ding... ...das kann nicht sein, Digga... ...wieder für Leo... ...3-1 gegen Leon Machère... ...ääh, Marcel... ...Pilami... ...Wie kann das sein, dass ich mich so krass drehe, Digga? ...Alle... ...die... ...liegt an Einstellungen... ...Haha... ...Hahaha... ...Oh, diesmal hat... ...Leo sich den Kick-Off geholt... ...und das... ...wird... ...Jetzt... ...Krass... ...In... ...4-zu-1... ...für... ...Leo... ...Marschere... ...Das Spiel will mich doch verarschen... ...Liebe Zuschauer, sehen Sie das... ...So spricht ein Mann, der nicht verlieren kann... ...Spaß... ...Stark, Marcel... ...Guter Kick-Off... ...und jetzt muss das hier ganz schnell gehen... ...und das... ...macht er sehr gut... ...aber zu langsam wieder hinten... ...Und... ...Hmmm... ...Stark halten von Leo... ...Marschepilame legt den Ball nach oben... ...Will die Seel zum Erdrübe ansetzen... ...Verfehlt den Ball... ...Jetzt hat Leo die Chance das... ...5-zu-1 zu machen... ...Mach das... ...Nein, er macht das nicht... ...Marschel ist vorher am Ball... ...und das wird das... ...4-zu-2... ...Heilige Scheiße... ...Was geht hier ab... ...Haltet die Socken fest... ...Heilige Scheiße... ...Digger... ...Kettet euch am Bett fest... ...Jetzt geht's los, Alter... ...Jo, alles klar... ...Dann äh... ...Schlaf gut... ...Ach ne, du musst ja arbeiten... ...Und da ist das... ...5-zu-2... ...Ganz lockerer Kick-Off... ...Marschel verfehlt... ...Nee, ich hab' den gerührt... ...Aber du verfehlst ihn nur knapp... ...Jetzt der Kick-Off... ...Den muss Marcel für sich entscheiden... ...Sonst ist das Spiel im Arsch... ...Und... ...Das macht der ganz stark... ...Marschel... 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 ...Diese eine Melodie... ...Marschel... 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 ...Möchte gern C2... ...Mächte gern C2... ...Marschel... 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 steigert sich 4 zu 5. Das Comeback ist es das Comeback, liebe Freunde. Wir werden es in diesem Spiel erfahren. Da hab ich auch so viel Scheiße da. Das machst du schon den ganzen Stream lang. Oh! Späßle. Und das ist der gute Kick-Off. Und jetzt muss das hier ganz schnell gehen. Sonst hat Massi Pilami die 6 drin. Das ist daneben. Jetzt muss Massi Pilami schnell schalten. Legt den Ball vor. Geht auf den Air-Dribble. Auf ganz entspannt. Springt am Ball vorbei fast. Er hat immer noch den Ball. Sehr stark gemacht. Jetzt hat Leo den Ball. Und der wird sich die Chance nicht entgehen lassen. Doch wird er... Ey, wo der Hinten spawnt? Das ist ja unfair. Starker Trick von Leo. Und... Perfekt. Ohne Ball ist er noch sogar. Digga, er sagt vorhin ja, das mache ich locker ohne Ball und er fliegt voll. Dann vorbei. 6 zu 2. Macht. Massi Pilami ist jetzt nochmal spannend. Wir werden es erfahren. Auf geht's. Kick-Off. Massi Pilami entscheidet sich den Kick-Off. Für sich. Jetzt muss er schnell schalten. Er kriegt es nicht hin. Und das wird der lockere Air-Dribble. Und das Ding wird reingehen. Massi Pilami hat scheiße viel Glück, dass der nicht reinging. Und das ist das Ding. Wieder nicht. Massi Pilami jetzt mit dem Flick. den hat Leo ganz entspannt. Massi Pilami. Leute, das ist hier ein krankes Spiel im Gas-Frieder-Freizeit-Stadion, Alter. Da lassen sie die Korken knallen. Geisteskranke Stimmung hier. Wörterste 6-6. Massi verkackt, den Ball. Es gibt es nicht. Schauze. Jetzt, wo es so wichtig ist. Und da war, wo es jetzt wichtig ist. Marcel ist wieder vollig bei sich. Jetzt muss das 6-6 fallen, sonst hat er hier die Arschkarte. Der Speed-Flip möchte gern. Speed-Flip. Und jetzt der Air-Dribble von Massi Salami. Und fast mit dem Eigentor. Was ist das hier für eine geisteskranke Folge in 1v1 mit den Zuschauern? Geistes... Scheiß... äh... Scheiß. Digga, bin ich. Und der Flip-Reset. Und jetzt muss Marcel sich das für sich entscheiden. Der Punch! Mit 145 Sachen krachelt der das Ding in den Winkel. Das schießt dir doch Schatten-Slipper weg vom Hintern. Nee, ich kann das Ding in den Kopf extrudierend veranomitieren. So wie krass ist das. Geisteskrank, die Weiber ziehen die BHs aus und die Slippers fliegen weg. Massi Pilami. Mach den Ausgleich. Jetzt geht's um die Wurst. Macht das, Massi Pilami. Schlüpfer! Und Massi Pilami macht das Tor nicht. Leo hat den Schlüpfer noch an, alle. Und Leon hat nicht den Schlüpfer voll und trifft ihn damit er trotzdem nicht. Hat er doch die Hosen voll? Jetzt Marcel Pilami, der schon die Schnauze gestrichen voll hat von meinem Gelaber und immer noch die Hose voll hat. Und der Flick 7 zu 6 für Massi Pilami. Was ein Scheiß. Geisteskrankerrunde. Geisteskrankerrunde. Leute, da wollen wir doch direkt die Revanche